So und hier ist das gute Stück nochmal in seiner ganzen Pracht. Ihr hattet uns ja gefragt, wo wir diese stylische Tastatur haben und hier ist sie nochmal. Ist natürlich so in einem Retro-Look. Wir haben Echtmetall- und Holzeinlagen. Ziemlich geil. Wir können auch die Tasten wechseln, sodass wir sie halt am PC oder Mac nutzen können. Wir können sie auch kabellos benutzen, denn die hat einen integrierten Akku. Und natürlich gibt es auch noch eine Beleuchtung. Man kann auch noch ein bisschen beim Material wählen, ob Leder oder andere Metallfarben, aber ist natürlich optisch nicht für jeden was.